Hallo! Guckuck! Guckuck! Wir sind dabei! Wer sind wir? Wer sind wir? Ich fang auch nie an! Anfang der Karriere! Guten Tag! Guten Tag, denn mein Name ist, auch wenn er nicht grad schön ist, ich bin Kalski und das ist mein Name, ich hab grad ne Alkoholfahne. Hallo, hallo, ich bin's New Whiteboard Star, ich geh gut rein, aber nur auf Mörd, ja, die hab's heut noch nie gefressen, deshalb schieb's den mal fürs Laufier, ich glaub den halt. Ja, stress ich mal als letzter zur Runde, ja, ich bin lasse rein, so in der komische Kunde, ja, der Paradoxe, achse und ich hopse, jede Freestyle, Chancen Fossen Wer ist denn dran jetzt? Im Kreise? Wenn's hintereinander weg geht, dann bin der nicht der Nächste, auch wenn du das nicht verstehst, wenn's im Zeigersendrum geht, dann sind wir jetzt alle wieder von vorne an, dann geht, ab geht, da bin ich jetzt bei dir, dann, ja, der bin eh das dran, ich schieb jetzt ne weiter, hey, da bin ich rum, du bist doch doof, du bist doch weiter stehen geblieben, hast statt zu loben, aber anders ist der hunderte doof, die dreie die's nicht können, aber hab wohl noch gut flott, bis heute geht's nicht so gut runter, ich weiß nicht warum. Es liegt das Niveau, könnte ich hätten, aber wieso das Niveau ist doch noch zu tun? Alle Hellerstätten hätten sie heute mal'n Flo ausgepackt, das oder das nicht klingen, so zugekackt. Aber das ist irgendwie vor allem. mit der wiesig und twist, ja, und die ganze Show scheiß, der Mist ist kackig, irgendwie hingemacht, irgendwie so was ganz flach abflacht, sachte, sachte, brachte ich n bisschen wo hier rein, und dann ist der Nächte rein. Hier drüben geht's weiter. Ach auf immer, hast du's begriffen, jetzt bist du wohl heiter, von deiner Laune her, also gut, dann gib mir jetzt mal den Dreck hierher, was mir öffn ich bin, mein Name ist... Ach Mensch, halt schmaul, das ist doch alles bloß niss. Das ist alles bloß niss, du hast Dreck, das ist voll geschisser Scheiße, das ist gar nicht der, der Preis ist heiß, das ist gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, verdächtig. Das ist Facebook, der Rappeldi-Dappelding, ja, oh, 70p! Nee, zwei, 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 ich glaub, ich springe alleine. Ich fahre heul doch, du alter Heulboje, mhm, in deiner Heulkoje. Na gut, dann nehm ich mal Kisten und Fenster in rein, denn manchmal bin ich in meinem Bett ganz schön allein. Aber heule nicht, heut sind wir hier zu dritt, wir machen heute nichts mehr, als wenn René steht mit seiner Katze und seiner Demonstratze im Bild vom Henk und er mit seinen Kommenpaar schenkt, ne, uns schenkt er gar nicht, und schenkt er nur das Licht, und schenkt uns dieses und dieses und dieses Gesicht. Habt's euch alles und dieses und dieses und dieses zu dir spricht. Gesicht, Gesicht, sprich zu dir. 1, 2, 3, Blatt. Verweis. Was ist denn das für'n Scheiß? Was ist denn das für'n Scheiß? Was ist denn das für'n Scheiß? Wenn er kommt? Wenn er kommt zu dir, wenn er dich besuchen will. Aber sei dir sicher, er ist sicherlich nicht still. Ne, ne, da quatschst du so wie immer. Außer, der ist öff'n. Außer häus' ich. Ne. Wenn er außer häus' ich, der heißt freu' sich. Maulstöpselverfahren. Das ist der Typ, der immer sagt, ich komm heut mal vorbei, Mann. Aber dann sagt er, bei dir war kein Licht an. Deswegen dachte ich, da gehst du dran vorbei. Und dann gehst du halt wieder nach Hause. Erzählst du ihm das? Ohne Pause. Immer wieder gelogen. Das ist echt verboten. Ich meine, sag mir ruhig, du liebst sein. Oh ja. Oh ja. Die Eier gehen gut. Einfach du. Ich dachte damals, wie dich das verhält. Ich will vergehen und zwar ne Menge Geld und zwar mit dir und dem und all dem. Geben das. Und das ist nicht krass. Ja. Und du denkst nicht, dass wir sowas hier mit den Raps, die du hier raus hast hier. Da kann das nicht werden. Da verdienen wir kein Geld. Ich glaube, du hast letztens noch nen Böhm gefällt. Schicki, 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 schick mich an. Mach doch so'n grünen Scheiß wie der dann. Der da hinten mit dir abgeht, weil er mit dir am Rad da tritt. Meinst du etwa den hier? Der geht noch nicht ab. Der gängt noch hier. Wer wohl schlappt da? Das ist die Kalski. Ich weiß wie der geht. Da muss es nur an dem kleinen Drehrechten drehen. Und dann geht er an. Das nutzt nur noch den roten Knopf. Und dann macht er richtig los. Also drück, ruft mal drauf. Und dann nimmt der Bekalski hier seinen Lauf auf. Schön endlich hat er mal auf den Knopf gedrückt. Jetzt bin ich endlich dabei. Ihr seid jetzt gleich entzückt. Ich hab mich heute einfach nicht gebückt. Ich lach mich einfach oben raus aus. Was für'n Glück. Das fand er wirklich gut. Das fand er wirklich lustig. Das glaubt er jetzt so gut. Du tue weh. Ich hab grad nen Hänger gehabt. Doch jetzt mach einfach weiter hier. Jetzt geh ich noch nicht ab. Das du nicht abgehst. Das weiß ich schon vorher. Weil ich bin der, der ohne Knorr her geschwommen ist. Und zwar öfter wirst du be. Weil ich bin's die Gruppe. Die Geile. Wie 0815. 0815 Zeile bring ich dir für ne Weile. Ich lass mir dabei Zeit. Denn ich hat ja keine Eile. Wenn ich teile die Teile in ihren Teilen. Und verweile noch ne Weile. Sei ruhig sonst gibt es Teile. Oder beeilet dich doch besser mal. Mach doch bei uns mal mit. Los, bring doch hier mal den Derbsen Shit. Jetzt bin ich drinnen. Jawoll im Team. Mensch ich freu mich. Mir wackelt das Lied. Da gehst du jetzt so richtig ab. Ich seh du hast Wackelkopp Modus. Aber nicht so schlack. Du musst erst doch Biddy Biddy Cut. Mit deinem Hypnotize. Where are you from? I came from Meissen in Niel Saxony. Yeah. Und ich... Checkste nie. Checkste. Checkste. Musste checken. Weil wir sind die die... Swaggen. Swaggen. Wir swaggen über die Mauer. Fotz und Längen tue er das. Macht uns ordentlich sauer. Kommt ab und zu ein Pimmel daher. Da sag man ja I, I geht I. Das wollen wir nicht mehr. Ich sag Pimmel, 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 du kannst jetzt gehen. Weil dein Pimmel dienen wollen wir nicht sehen. Pimmel, Pimmel, Pimmel komm geh nach Hause. Pimmel, Pimmel, gönn dir mal ne Pause. Yeah. Yeah. Pimmel Monus. Pimmel, seit unserem Pimmel-Song sind wir richtig klasse. Unser Pimmel hat Masse. Unser Pimmel hat Masse, ja. Oh. Sorry. Sorry. Ich wollte sie, ich wollte sie. Ich habe hier gerade ein neues Soundpack entdeckt. Also wird jetzt gleich auf dem Zeug rum gecheckt. Drück den Lied an. Drück es anders an. Los, guck mal was du hast hier. 48 mal. 45. 45. 41. 31. 42.